Moin und herzlich willkommen zum Suchmaschinen Marketing MOOC. Mein Name ist Erik Horster, ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit den Schwerpunkten digitales Marketing und Tourismusmanagement. Und Google AdWords bietet so viele Möglichkeiten für Sie. Sie können Targeting-Einstellungen vornehmen, ganz, ganz viel. Da können Sie sich gar nicht vorstellen, was da alles möglich ist in Google AdWords. Im Suchnetzwerk werben, im Display-Netzwerk den Qualitätsfaktor verbessern, Anzeigen-Erweiterungen definieren wie Sitelink-Erweiterung, Anruferweiterung, Standorterweiterung, Rezensionserweiterung, die Keyword-Optionen, Broadmatch, Phrase-Match, Exact-Match, Retargeting, Remarketing. Alles ist möglich, aber Sie müssen auch damit umgehen können und dementsprechend müssen Sie mit diesen Fachbegriffen sicher arbeiten. Und genau das machen wir in diesem Kapitel.